Hallo liebe Modelleisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Modellbahn XH0&N Heute neues von der Modellbahn Teil, keine Ahnung Ich habe drei neue Sachen Ich habe hier einen Bahnübergang selber gebaut Man kann es sehen Dadurch, dass ich zwei Leiter fahre, ist das natürlich hier einfacher Muss ich darauf achten, dass die Pukus frei bleiben Wir haben einen neuen Coca-Cola LKW Hier im Gewerbegebiet Oder Industriegebiet, besser gesagt, für die Güter zu gebunden Hier trocknet gerade noch ein Flügelsignal Was ich eben noch gebaut habe Oder am Bauen bin Ich lasse jetzt mal hier den IC1 Losfahren Oder den normalen ICE, besser gesagt Und dann kann man ihn mal sehen Wie der Über Den Bahnübergang fährt Also sehr schön Finde ich ist der geworden mit den Schranken Also der fährt sehr gut rüber Ich zeige es euch auch mal noch aus einer anderen Perspektive Bis gleich Ja, jetzt mache ich noch ein kleines Fahrvideo Wünsche euch viel Spaß Und ich mache das Ja, liebe Modellmann-Freunde, das war es auch schon wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.